Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play von Let's Play Force. Jawoll! Ja, warte mal, warte, warte, warte. Okay, das machen wir hier. Und ja, mit mir heute auf The Last of Us Online. Neonatoren. Oh yeah. Und wir spielen Überlebende. Das ist nur für richtig harte Kerle, die zwei dicke Eier zwischen dem Muschi haben. Zwischen dem Penis meine ich natürlich. Weißt du, ich glaube eher, dass du einen Eierstock hast, ne? Pfff, leck mich. Magst du selber. Okay, Leute, die Fireflies sind in der Nähe. So, kein Print, wo ich das überlebende... Scheiße, ja, ich printe jetzt, aber gleich nicht mehr. Sollen wir uns in ein Haus verschanzen? Ja, hätte ich nämlich fast gesagt, ne? Okay, dann sammeln wir erstmal, was geht. Bomben und so. Komm schon. Komm schon, ne? Komm schon, ihr da! Als hätte ich's geahnt. Ja. Versuchen wir ihn noch. Ich tue mir Feuerschutz. Ja, 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 ja. Au, 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 au. Wurde getroffen, Achtung, von vorne. Ja, ich seh den. Wo ist der? Warte, ich versuch den zu holen. Sag mir nicht, wo er ist. Ja, er ist hier, wo ich bin. Setz, los geht! Okay, ich flankier. Warte, 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 warte. Ich bin verletzt! Okay, sie hilft mir. Kommst du klar? Nein, Alter, ich wurde gemessert, scheiße. Ich hatte eins, wurde gemessert. Das darf nicht wahr sein. Ey, dabei wollten wir nicht rumsprinten. Ja. Gucken wir uns den Neonatoren mal an. Mit seiner hässlichen Glatze. Und seinem hässlichen Glatze. Das ist eine Glatze. Glatze? Ja, hinterm Kopf hast du eine Glatze. Warte, ich sag dir über die fixierte Kamera Bescheid, wo sie sind. Mist, bin getroffen. Ähm, ja, einer. Es ist nur noch einer. Und er verpugelt da gerade. Hol ihn dir, Neo, hol ihn dir. Hol ihn dir, hol ihn dir. Wo zum Glück ist er? Wo? Wo? Wo geht das? Okay, wir haben aber trotzdem gewonnen. Ich habe einen K.O. geklazen, aber ich konnte keinen exekutieren. Und er schießt alle Pfeile in seinen Arsch rein. Aha, Alter, der ist doch krass. Ja, wir haben heute ein krasses Team erwischt. Oh ja. Hier drückt es ruhig. Wir bleiben nicht im Haus, würde ich sagen. Okay. Wir haben mehr genug Munition. Ja, warte, ich bin erstmal hier ein paar Sachen. Eine Sekunde. Pass ja auf hier. Los geht's. Okay, da sind sie schon. Die von vorne. Ich flankier. Au. Ich komme weg, ist nein. Ich bin weg. War ein glatter Headshot. Der hat schon... Die haben mich erwischt. Das hier hat er jetzt schon zu weitermachen. Nein, Alter, das darf nicht wahr sein. Das darf einfach nicht wahr sein. Bist du tot? Ja, habe ich ja gerade gesagt. Hörst du mir nicht zu, oder wie? Nee. Üppisch. Alter, mich hat er gedämpft. Das war jetzt scheiße. Das war jetzt ein richtiges Fail hier. Ja. Kein Flankieren mehr. Alter, wir verbarrikadieren uns jetzt. Egal, was kommt. Ja, das sage ich schon die ganze Zeit. Gehen wir jetzt direkt ins Haus. Scheiß auf die Vorräte. Welches Haus? Ja, würde ich mal sagen. Hier das große, würde ich sagen, oder? Ja, okay. Hier sind sehr viele Vorräte. Das klappt ja schon mal. Komm mal zu mir. Ich brauche Hilfe. Warte, hier. Moment. Abmarsch. Auf einmal der Rüstung, ja. Okay, Mann. Los geht. Habe ich auch gerade. Nicht sprinten. Ecker. Nein. Ich muss ja weg. Ich will nicht sterben. Hör einfach auf mit dem scheiß Sprinten. Direkt ins Haus rein. Okay. Könnten wir auch von hinten flackieren, ne? Kannst du mich gerade eben decken? Aber du deckst mich aber, Alter. Dann hau ich hier eine Baule rein. Ich bin fertig. Los geht's. Okay, da kommt einer hinter uns. Hey, guck auf die Karte. Hey, der ist hier im Laster, ja. Oh. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Bomb ist scharf. Achtung. Geh zurück. Nein, 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 nein. Perfekt, Alter. Holt in der Exekution. Hab ich. Sind nur noch zwei. Kann jemand zu mir kommen? Ja, ich bin unterwegs. Direkt vor mir. Warte, 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 warte. Hier hab ich ja noch einen. Oder so. Nee, doch nicht. Einer ist vor dir. Einer ist vor mir, ja. Wo denn? Hinterm Rauch. Das waren nicht alle Eindringlinge. Schalten wir sie aus. Das war geil. WTF? Oh, ja. 3 K.O. Sagen wir schon, ey. Geil. Ich leide. Das ist heute eine abwechslungsreiche Runde irgendwie, ne? Ja, irgendwie bis heute. Ziemlich krass drauf. Lass mal direkt hier links, äh, rechts gehen. Oder das ist ins Haus jetzt rein. Okay. Nee, wir gehen direkt rechts, ja. Wir gehen nicht dort, wo die anderen gehen. Komm, komm, komm. Okay. Weißt du, so zusammenzulaufen, das, äh, könnte sogar schlecht enden. Gebt dir mal Deckung, ja? Ich hasse es, zwar. Kannst du Deckung geben? Ich hasse es, wenn du mich deckst. Alter, warum? Ja. Weil das immer schief geht. Vorhin hat das grad super funktioniert. Ich hab's hier hinten. Vorhin hab ich dir grad den Arsch gerettet, aber egal. Okay, sie kommen jetzt dann von hinten, ja? Ich verschanz mich hier im Haus. Geh nicht gerade in diesen hier. Warte, ich muss gucken, ob ich hier bauen kann. Rauchbund da. Und... Abmarsch! Wo bist du, Neo? Bin hier draußen. Okay, aber pass auf, hinter dir können sie ziemlich schnell kommen. Ich weiß. Geh eben hoch. Und guck mir das von oben an. Ach, du scheiße, von hier oben. Alter. Da kommt einer hinter diesen Gucki hier. Was sagen die dazu? Okay, schau mal, dass keiner von hinten kommt. Wir haben noch immer die vier Gegner. Dürfen wir ja nicht vergessen. Ja. 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 Ich hab ihn. 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 Der steht nicht mehr auf. Nein, Alter. Das darf nicht wahr sein. Ey, ich hatte vorhin ne so geile Runde. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Hey, einbringen! Ich hab ihn doch nur fertig gemacht. Alle. Und jetzt nubi schon wieder rum. Ey, es ist nur mit einer Gegner. Den kriegen wir doch zu dritt. Ja, ich würd sagen, sprinten und den holen. Aber, nee, nee, lieber nicht sprinten, denn ich hab's schon mal geschafft. Mehr zu holen. Probier doch mal raus aus! Komm, der letzte. 29 Sekunden. Hol ihn dir! Ja, und wir haben sowieso gewonnen. Hol ja, Tiger! Okay, ich brauche jetzt. War schlecht. War schlecht. Nee, find ich jetzt alles gut. Ich hab überlebt. Das geht's ja, ne? Ja, irgendwie hast du aber gerade mehr geletsplaled als ich. Wir haben doch mal nur deine Kamera gesehen. Ich hab zwei Minuten gespielt und dann war ich schon wieder tot. Ja, und das, obwohl ich extremst grau bin, äh, ich mich überhaupt nicht an sichern kann. Los geht's! Der Medikit, Alter. Hab ich grad genommen. Okay, wir kriegen ja sicher gleich Bezug, gell? Ja. Wollten wir gleich wieder abhauen. Komm. Warte, warte, warte. Ich brauche Hilfe! Abmarsch! Okay, sie kommen von hier. Okay, sie kommen von hier. Okay. Ich brauche mir nochmal eine Rüstung hier. Okay Mann, los geht's! Okay. Welch? Oh, Uff! Ah, sch.. Wöch! Oh! Oh, sch... Ich bin ja weg! Atme hier weg! Das... Ach, il... Fakt. No! Nein! Nicht! Nee! Neeeen! Der ist tot! Kommd hier. Kannste hier reinkommen... Mich reanimieren... Atme weiter! Ich helf dir! Danke. Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Der geht knackig. Den holen wir uns jetzt aus. Ohne Spremden! Hinter uns! Hinten! Ich hab nichts mehr! Woh! 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 Schade was keine Munition auf! Also dat war jetzt ne krasse Aktion von denen, ne? Ja dat war aber jetzt hier ziemlich ziemlich knapp! Ich wär fast drauf gegangen! Ja? Ha! Jetzt haben alle nur nur auf einen Typen geballert! Der hat's gewonnen werden und uns mit den Arsch gebissen! Naja, und ich hab den Bogen freigeschalten, den wir aber sowieso nicht billen werden! So, hab da! Hab ich überlebt! Hab aber 60% meiner Leute verloren! 60% Ja, warte mal Neo, wir müssen das Let's Play abbrechen und das nächste starten Ja, gerne, gerne Bis zum nächsten Mal, Leute